So, was können wir denn jetzt noch machen? Ah, da ist er jetzt bei dem. Das gibt es ja nicht von Ola Fisch. So, weg ist er. Dann kommen wir hier und erst mal. Genau, erst mal hier die Wand zu Ende machen. So, da und da. So, jetzt haben wir erst mal eine einheitliche Wand. Dann werden wir uns mit... Erst mal hier. Kann man noch eine Leiter bauen? Geht das? Wir schauen mal, ob wir eine Leiter bauen können. Spruchschild, Fackel, Holzzaun, Holztisch, Holzplattform, Holztisch, Holzstuhl, Rüstungsstatue. Aber wir brauchen erst mal Fackeln. Fackeln da hin. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, haben wir sechs Fackeln erst mal. Ich würde gerne mal da hoch. Aber wie kann ich hier oben... Ich mache erst mal den Dreck hier weg. So, dann kann ich hier oben nämlich noch Steine machen. Dafür gehen wir jetzt erst mal ein bisschen Stein suchen. Da haben wir noch ein bisschen was. Immer mitnehmen. Immer mitnehmen. Ist sehr wichtig. Boah, da kommt wieder so ein. Also, in der Nacht musst du echt aufpassen. Da kommen einige Zombies, die man hier schon sieht. Ach du Scheiße, jetzt wird es aber eng. Und man kann Sternstoff einsammeln. Weg da, weg da, weg da, weg da. Ah, jetzt bin ich nur noch tot. Na toll. Ich wurde getötet. So, da bin ich wieder. So, dann bin ich wieder. So, dann bin ich wieder. Gut, gein wieder. Was gibt's da nicht? Warum töten? Ey, was ist das felsliche Viecher? Die sterben einfach nicht. Super, jetzt ist auch noch in meiner Wohnung drin. Ich glaube, ich spinne. Schneller, schneller, schneller. Wie soll ich den jetzt rauskriegen? Na toll. So, schnell rein, nach. Tür zu. Tür zu. So. Ah, oh, ich wurde zerstört. Okay. Schließen. So, was kann man noch machen? Schauen wir, was wir noch machen können. Zaun. Holzplattform. Ja, die kann man noch gebrauchen. Holztisch und Holzstuhl. Holztisch anstatt Dreckblock. Den Stuhl anstatt Spinnenbeben. So, machen wir hier einen Holztisch noch hin. So. Den Stuhl. Da daneben. Okay, sieht scheiße aus. Okay. So, Holzstuhl. Kann man da einstellen? Nein, kann man nicht. So ist besser. Ja, sieht schön aus. So, was kann man noch machen? Hier hat man natürlich noch sein Inventar für die Rüstungen und alles Mögliche. So, einen Hammer kann man machen. Eine Angel. Ein Holzbogen. Ein Holzschwert. Oh, mehr kann ich nicht machen. Super. Jetzt habe ich hier schon meine Rüstung angezogen. Oder ja, meine Hosen, ja. Es soll bald wieder Tag werden. Ich möchte weitermachen. Irgendwie erinnert mich das Zombie-Geräusch an irgendwas. Ich weiß aber nicht an was. Na, kommen wir mal. Na. Na. So, endlich, meine Güte, es kann ja dauern, ey. So, jetzt machen wir den noch platt. So, hauen wir das auf. So, dann wird es dann endlich wieder Tag, meine Güte. Schwager Heiltrank ist das okay. Dann gehen wir es mal ja hoch. Eins, zwei, drei. Aber da kann man nicht hin, weil da kann man doch cool. So. Das Wasser steigt auch schon wieder, das ist ganz schlecht. So, den haben wir erledigt. Da kann man gar nicht oben rum, okay. Da oben ist noch steinig, ich gerade gesehen habe. Ha, da kann man da irgendwie hin. Da kann man gar nicht hin, scheiße. Scheiße, da kann man nicht hin. Aber ich habe da einen Dreckblock. Warte mal, einen Dreckblock, den kann man da hinstellen. Na, da kommen die Viecher schon wieder. Ich bin ja rein ins Haus. So, wie es klopft auch an meine Tür. Ich kann einfach nichts machen. Ich kann nichts machen. Nichts kann ich machen. Das ist aber der Spiralseil, Kupfermünze, Leder. Was brauche ich denn dafür? Was ist denn das? Bestandteile. Verfaulter Fleischbrocken. Was ist denn verfolgt? Ein Fleischbrocken kann ich also Leder machen. Gut zu wissen. Es soll mal Tag werden. So, ich möchte da irgendwie hoch. Irgendwie möchte ich da hoch. Ah, genau, mit dem Dreckblock war das. Oh. Na, so kommen die da hoch. Ne, so wird das nichts. So, jetzt bin ich da. Jetzt kann ich da oben Stähne sammeln. Und ich brauche die Stähne unbedingt noch. So, jetzt kann ich den Dreckblock nehmen und hier wieder zumachen. So, dann kommen sie mir auch nicht von oben rein. Hahaha, ich bin so gut. So. Die Tür müssen wir wieder zumachen. So. Jetzt habe ich hier noch Stein. Ja, jetzt hat er den Vieh mitgebracht. Oh, der Jeff ist so dämlich. Haufen stirbt er. Der Trottel. So. Wieso kann der das... Oh, ist das ein Trottel, ey. Wieso bringt er das Vieh da mit rein? So. So. Weg mit dem Typenlaut. Globsis. So. Wird das bald wieder der Tag? Ich hoffe. So. Den auch noch weg. So. So. So.